Das Leitbild von Jungwacht und Blauring Auf welche Grundsätze baut sie auf, welche Haltungen vertreten sie und wohin will die Jubel in der Zukunft sich entwickeln. All diese Fragen beantworten dir das Leitbild. Das Bild bildet die Basis der Arbeit von Jungwacht und Blauring und ist in fünf Bausteinen aufgeteilt. Okay, und was sind denn die Bausteine? Zuerst wird das Bild erzeugt mit den tollen Momenten und Erfahrungen, was du in der Jubel machen kannst. Er zeigt dir auf, was die Jubel ist. Wie zum Beispiel zusammen lachen, singen und genießen am Lagerfeier und in abenteuerliche Glänzspiele eintöuchen. Anschliessend wird erklärt, wer wir sein, nämlich Jungwacht Blauring, kurz Jubel, ein Kinder- und Jugendverband. Es wird euch erklärt, was wir machen und für welchen wir das machen. Im dritten Absatz wird ersichtlich, was in der Jubel erlebt werden kann. Wie zum Beispiel Aktivitäten im Friehen und in der Natur, um sich zu bewegen und ohne Leistungsdruck ausgespassen zu haben. Auf der zweiten Seite werden die Werte von der Jubel vermittelt. Was ist wichtig? Was wollen wir? Wie gehen wir miteinander um? Darfür hat die Jubel fünf Grundsätze, welche ihr vielleicht schon kennt und im Logo von Jungwacht und Blauring ersichtlich seid. Das sind zusammen sein, mitbestimmen, gläubig leben, kreativ sein und naturerleben. Und auf der Rückseite werden die Visionen und Strategien für die Zukunft gezeigt. Sie werden alle vier Jahre neu definiert, weil das für die Weiterentwicklung von uns und Verband wichtig ist. Und für was kann ich dann das Leitbild brauchen? Das kann zum Beispiel helfen bei der Elternarbeit, bei der Erklärung der freiwilligen Arbeit gegenüber deinem Chef, bei der Sponsorsuche oder bei der Öffentlichkeitsarbeit. Und wie kann ich dann das Leitbild bei der Elternarbeit brauchen? Du kannst es zum Beispiel brauchen, um am Elterabend zu erklären, was unsere Werte und Haltungen sind. Oder wenn ihr am Samstag am Markt Küche verkäuft und auch jemand fragt, wer ihr seid und was ihr macht. Du kannst es aber auch brauchen, wenn dein Chef nicht versteht, wieso du das für das Sommerlager frei brauchst und warum deine Arbeit für die Gesellschaft so wichtig ist. Ah, und so kann ich das genau auch für die Öffentlichkeitsarbeit benutzen. Wenn ich zum Beispiel vom Gemeindesblatt angefragt werde für ein Interview oder wenn ich für die Lokalzeitung einen Artikel schreiben muss. Hi, so gut. Aber was soll ich dann sagen, wenn ich am Elterabend von jemandem gefragt werde, wie wir mit Alkohol im Sommerlager umgehen? Zu diesem steht ja überhaupt nichts im Leitbild drin. Das Leitbild wird ergänzt durch Haltungspapiere. Diese Erklärung und Haltungen von Jungwacht und Blauer in der Schweiz zu einzelnen Themen ausführlicher und unterstützend leitenden im Umgang damit. Wie zum Beispiel Gender, Gläuble und Kirche, Grenzverletzungen und sexuelle Ausbeutung, Kinder- und Jugendpolitik, Öffnung und Integration, Extremismus und Rassismus und Umgang mit Suchtmitteln. Deine Haltungspapiere findest du alle auf www.jubla.ch Ah, das ist doch gut. Das sind ja alles Themen, die schwierig zu erklären sind. Genau. Darum stehe ich dran. Das Leitbild und die Haltungspapiere können dich bei deiner Arbeit in der Jublau unterstützen. Im Leitbild ist die gemeinsame Identität von Jungwacht und Blauring beschrieben, der gemeinsame Nenner in der Vielfalt von allen.